Das hier, das ist portugiesische Komposthaufen. Hier wurden Palmen und andere Pflanzen hingestellt. Da war so eine portugiesische Bank gewesen, da habe ich ein bisschen Geld runtergeladen. Ich habe keine Ahnung, wie viel Gebühren das kostet oder ob es überhaupt Gebühren kostet, aber ich habe da Geld runtergeladen, damit ich ein bisschen Bargeld habe. Guck mal da ganz hinten, das sind portugiesische Berge und wir laufen in diese Richtung hin und wir laufen jetzt erst mal zur Richtung Fluss, also wo diese Richtung, wo die Berge sind. Und dann fänden wir heute schon wieder irgendwo. Das ist portugiesisch oder wie das heißt, das ist portugiesisch Rachen. Guck mal, dieser portugiesische Pferd hier vorne, der ist richtig fett, der hat eine richtige voll Fettnachse und sowas. Guck mal, dieser portugiesische Komposstche. Guck mal, dieser Portugiesische Komposstche. Guck mal, dieser Ersteigung. Vielen Dank.